Ein wichtiger Unterschied zwischen den vielen Religionen in der Welt ist ihre Hoffnung für die Zukunft. Welche Religion hat die zuverlässigste und schönste Hoffnung für die Zukunft? Welche Hoffnung für die Zukunft haben Zeugen Jehovas? Zeugen Jehovas haben eine sehr schöne und sehr zuverlässige Hoffnung von Gottes Wort, der Bibel. Gemäß der Bibel ist die Bibel ein Buch vom allmächtigen Gott, Jehova. Jehova ist Gottes Name in der Bibel. Gemäß diesem heiligen Buch ist Jehova der Schöpfer vom Universum und der Menschheit. Und in der Bibel können wir lesen, Gott ist Liebe. Dies sind Gründe, warum wir die allerschönste und zuverlässigste Hoffnung für die Zukunft in diesem heiligen Buch der Bibel finden können. Welche Prophezeiungen über die Zukunft der Menschheit können wir in der Bibel finden? Dass die Erde für immer bestehen bleibt. Unser Planet wird niemals zerstört werden. Gott wird einschreiten und den Prozess für die Zerstörung der Erde beenden. Nach dieser Zeit hat jeder genug zu essen. Gott wird seine Hand öffnen und das Begehren alles Lebenden sättigen. Menschen werden Häuser bauen und in ihnen wohnen. Schöne neue Gärten werden entstehen. Die ganze Erde wird sehr schön werden. Ein Paradies. Jeder kann ein glückliches Leben genießen. Ein zufriedenes Leben. Ein glückliches und freudiges Leben. Verbrechen, Bosheit, Gewalt und Krieg gibt es nicht mehr. Stattdessen wird überall Frieden sein und Menschen leben in Sicherheit. Sogar Tiere werden keinen Schaden anrichten. Zu dieser Zeit wird Frieden sein zwischen den Tieren und Tieren und Menschen. Geliebte Verstorbene werden wieder leben. Gott verspricht in der Bibel eine Auferstehung von den Toten. Es wird eine Auferstehung sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten geben. Wundert euch nicht darüber. Denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gedächtniskriffen sind, seine Stimme hören und herauskommen werden, die, welche Gutes getan haben, zu einer Auferstehung des Lebens. Gott wird es ermöglichen, dass wir für immer leben können. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Was wird mit Krankheiten sein? Krankheiten wird es nicht mehr geben. Alle Krankheiten werden verschwinden. Stattdessen wird jeder eine perfekte Gesundheit haben. Jesus Christus heilte viele Menschen, als er auf der Erde war. Wir können in der Bibel lesen, dass Jesus die gute Botschaft vom Königreich predigte und jede Art Krankheit und jede Art Gebrechen heilte. Und in der Zukunft wird Jesus jeden heilen. Dann wird niemand mehr sagen, ich bin krank. Diese auf die Bibel basierte Hoffnung für die Zukunft wird bereichert durch eine weitere schöne Hoffnung von Zeugen Jehovas bezüglich älteren Menschen. Ältere Menschen werden wieder jung. Ihr Körper wird wie in der Jugend. Sie kehren zurück zu den Tagen der Jugendkraft. Sie fragen sich vielleicht, warum vertrauen Zeugen Jehovas der Bibel und ihren Prophezeiungen? Ist diese schöne Hoffnung für die Zukunft wirklich zuverlässig? Erhalten Sie Antworten auf diese Fragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.